Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag und es ist, glaube ich, halb zehn, aber ich bin auch schon am Essen und am Frühstücken. Und ich war auch schon länger wach, bin aber nicht rausgekommen, weil der Gärtner heute hier gespritzt hat und sauber gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ich warte noch, bis er weg ist, obwohl ich eigentlich ihn wegen dem Chlor fragen wollte. Aber dann hätte ich mich erst mal anziehen müssen und fertig machen müssen, bis dahin wäre er sowieso schon wieder weg gewesen. Deswegen, ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich einfach sehr Chlor-Greit heute schon. Schauen wir mal. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß heute bei einem neuen Vlog und der Himmel, zeige ich euch. Ist richtig schön blau, aber hier sind Wolken. Aber das wird bestimmt noch. Und ich bin hier am Frühstücken, habe mich schon hingesetzt und ja, das Wasser ist ein bisschen scheiße, ne? Tja, naja, so, jetzt kann ich mich ändern, ne? Hätte ich mal dann in Fragen, aber unten steht das Chlor. Ich mache das einfach selber rein. Egal. Nachher, bevor wir, hier hat der Kollege den Tisch gespritzt, aber Chlor da nicht reingemacht, das würde ich sehen. Ähm, ja. Das ist schon mal ein bisschen milchig. Die Kinder benutzen ja auch Sonnenschutzcreme und so. Das lagert sich natürlich auch alles ab. Naja. Es weht ein frisches Windchen, sehr angenehm, muss ich sagen. Wie sieht denn heute so an? Also ich habe heute geplant, mit den Kindern mal runter zum Telekom-Laden zu gehen, weil die haben das nicht gefunden, ne? Ich habe gesagt, das ist so einfach, wie man sich das vorstellt. Dann gehen wir da mal hin und dann müssen wir unbedingt diese Karte reparieren lassen, damit, ähm, ja, damit das nicht verfällt. Wir haben da ganz viel Geld für bezahlt. Und dann werde ich, wir haben jetzt drei Wochen, wir haben das vor drei Wochen gemacht. Oder vor dreieinhalb Wochen, das werden jetzt vier Wochen, da müssten wir dann auch aufladen, bald. Vielleicht mache ich das nochmal einfach, dann habe ich das auch schon mal hinter mir, ja? Allerdings wissen wir da wieder in den Laden, der so ein bisschen teurer war. Naja, mal schauen. Ähm, ja. Und ansonsten gibt es nichts zu berichten. Ich werde jetzt frühstücken und wie gesagt mit den Jungs vielleicht nachher nach unten zum Telekom-Laden gehen. Bei uns hier, ne? In Mahmut Lasch. Und wenn wir mal fragen, was das Aufladen kostet, weil, ähm, die Karten verfallen ja, wenn man nach einem Monat nicht aufgeladen hat. Das werde ich einmal machen, inshallah. Und, ähm, ansonsten haben wir heute nichts geplant, wie immer, wenn man, ähm, hier im Urlaub sozusagen ist. Der Jungs wird ja im Urlaub, ich nicht. Aber, ja, mal schauen. Ich denke mal, viel wird nicht passieren. Wie war denn die Nacht, der heute, ui, jetzt geht es aber los, damit den Hundegebellen, ne? Oh mein Gott. Hm, ich habe heute Nacht wieder, ähm, beziehungsweise seit heute Morgen, seit meinem Morgengebet, habe ich wieder Probleme mit meinem Schnupfen gehabt. Also, ne, ich habe auch schon in der Nacht geschnuppt und habe ich ihre Träume gehabt. Also eine ganz komische Nacht. Ich konnte auch gestern Abend überhaupt nicht einschlafen, obwohl ich immer richtig müde bin. Ähm, keine Ahnung, vielleicht sollte ich einfach mal meinen Tagesrhythmus umstellen und nach dem Morgengebet gar nicht mehr schlafen, damit ich einfach müde bin abends und dann auch schlafen kann nachts. Also, ich weiß nicht, ich muss da irgendwas machen. Ähm, ich konnte nicht einschlafen, ne? Wirklich nicht. Ich weiß nicht, bis zwei oder so habe ich wach gelegen. Ich war hellwach. Und trotzdem auch müde, ne? Oh, die bellen sich da aber an, ne? Das sind so drei Hunde. Also einmal unsere Russin oben mit dem kleinen Jungen. Die hat einen Hund. Und der guckt immer aus dem Balkon. Also, die haben ja da Fenster, ne? Der kann ja richtig toll rausgucken. Und dann haben wir noch einen Hund von einer Russin. Also, von einer anderen Russin. Also, ich vermusse da mal, dass es Russin sind. Ich habe ja nicht mit denen gesprochen, ne? Und die hat auch so einen kleinen Hund. Und der kommt auch immer auf den Balkon und bellt. Und dann gibt es ja einmal diesen Hund von dem Hotel oder von der Anlage und den großen Hund, diesen, ne? Keine Ahnung, ist das ein Boxer oder so, der auf der Villa wohnt. Aber ich habe den Hund von der Anlage lange nicht gesehen, fällt mir ein, wo der Hundekorb draußen steht. Was haben sie denn mit dem gemacht? Den habe ich nicht gesehen, seit wir hier. Ja, bei zwei Wochen halt nicht. Ungefähr. Naja, die lassen es mir schmecken. Und wir sehen uns später. Mein Anknopf funktioniert nicht mehr bei meinem Gimbal. Also, ich drücke da drauf und schicke ihn aber nicht an. Ich muss es immer per Hand am Handy anmachen. Sehr eigenartig. Vielleicht muss ich da mal irgendwas mit der App, es gibt ja auch eine App zu diesem Gimbal. Muss ich vielleicht mal da so ein bisschen gucken, ob es da ran liegt. Genau. Also, warum sitze ich hier? Ich habe hier ein Video für meinen Zweitkanal gedreht und habe dort tatsächlich erzählt, was ich denn denke, wieso die Immobiliensituation hier in der Alania sich entwickeln wird. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut gerne auf meiner Finanzakademie vorbei. Ich weiß nicht genau, wann ich das einstelle. Aber das Video ist im Kasten, muss ich jetzt hochladen. Und inzwischen ist es, glaube ich, halb zwölf oder so. Und ich werde jetzt den Pool einmal ein bisschen mit Chlor bedecken, dachte ich mir. Und ihn dann einmal anmachen. Vielleicht wollte er ja hier stehen bleiben und ein bisschen gucken. Allerdings nicht echt aufpassen, dass ich da die Windel von dem Chlor nicht in die Nase kriege. Ich gucke mal, ob ich nicht so eine Maske noch irgendwo finde. Und dann sage ich das ein bisschen Chlor. Und ich glaube nicht, dass der Gärtner das gemacht hat heute Morgen. So, dann holen wir mal eben den Chlor. Ich habe eine Maske gefunden. Ich habe den Gärtner auch eben da hinten weggehen sehen. Aber ich habe gerade gefühlt, du wirst jetzt hier so, hallo, und hinterher rufen. Ich mache das jetzt mal eben. Ich schmeiße das da einfach rein. Das wird schon Chlor sein, hoffe ich. Ah, er hat aber die Pumpe an. Warum hat er das denn an? Hat er Chlor reingemacht? Ah, er hat Chlor reingemacht, glaube ich. Deswegen hat er die Pumpe an. Gut, er hat, glaube ich, Chlor reingemacht. Ah, okay. Deswegen hat er die Pumpe an. Dann mache ich sie mal jetzt wieder aus. So. Denn da war nicht so, also das hat er wahrscheinlich benutzt. Hm, okay. Das ist klar. Gut. Na gut. Mal gucken, ob ich da irgendwo Chlor drin sehe. Sieht aber immer noch so gelb aus, ja. Aber ich werde es sicher riechen, wenn ich da gleich dran rieche. Ja, aber keine Ahnung. Sieht immer noch so. Doch, er hat Chlor reingemacht. Guck, da. Okay, alles klar. Ja, er muss ja den Boden wahrscheinlich wieder staubsaugen. Das Ding liegt ja auch hier. Er muss ja mal staubsaugen wieder. Ja, da habe ich die Badehose gestern Abend runtergeschmissen. Na gut, dann ist ja gut. Dann hat er das gemacht. Das ist ja schön. Brauche ich das nicht machen. Ja, gut. Ja, jetzt habe ich Glück, ne? Kann ich mein Glas ja wieder weg tun hier. Das ist nämlich schon eklig. Eine Maske hätte ich auch noch gefunden. Vom letzten Jahr. Sonst hätte ich das jetzt gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal in den Pool. Und schwimmen mal eine Runde. Was sagt ihr dazu? Machen wir mal, ne? So. Dann werde ich einmal meinen tollen Anzug holen. Wie spät ist es eigentlich? Ich habe keinen Plan. Muss ich mal gucken gleich. Schon da so warm, ne? Und wieso ist die Tür da auf? Nee, ist zu. Okay, dann ziehe ich mich einmal um oder gehe wir im Pool? Ja. Jetzt gehen wir im Pool. Und jetzt gehen wir im Pool. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 So, mein Akku zeigt an, dass er gleich zu Ende geht. Und ich würde sagen, ich bringe euch mal wieder rein und an den Akku dran. Gehe aber nochmal ein bisschen weiter ins Wasser bis zum Gebetsruf. Vielleicht noch eine halbe Stunde oder so. Schwung ich nochmal ein paar Runden. Ja, da oben sitzen wir dann immer abends oder ich, ne? Genau, und ich bringe euch mal rein. Ich habe das Wasser angemacht, das riecht auch nach Chlor. Aber das ist immer noch nicht klar, ne? Ich müsste wahrscheinlich die Pumpe noch ein bisschen länger anlassen. Und dann muss auch noch so eine Art Klarspülerein. glaube ich, vielleicht hat er den ja auch reingemacht. Und es muss gestaubt satt werden, dann wird das schon ein Schatten. So, rein in den Schatten. Das Wasser ist wirklich echt piewarm. Wie pipi. Also überhaupt null kalt mehr. Wie am Anfang, ja, ne? Und sonst würde ich auch gar nicht rein, denn ich hasse kaltes Wasser. Aber manche Böke ja warmes Wasser auch nicht, ne? Na gut, ich gehe dann nochmal in den Pool. Und bis später. Das sieht ja jetzt auch nicht so hübsch aus, ey. Oh mein Gott. Tja. Tut aber nicht mehr weh. Also fast gar nicht. So. Jetzt hatte ich völlig umsonst geredet, weil ich habe den anknopflich angemacht. Das hatte ich jetzt tatsächlich auch lange nicht. Ich wollte sagen, dass ich richtig lange im Pool war und dass ich jetzt geduscht habe. und jetzt mein Gebet verrichten werde. Und dann mir einen Kaffee koche und den Koran lesen. Inschallah. Das sind so meine Vorhaben. Das ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Eins. Fünf nach eins ungefähr muss es sein. Das Wasser ist ja wieder abgestellt. Wir haben gerade noch mit den letzten Resten nochmal unsere Gebetswaschung genommen. Weil ich war kurz auf Toilette und dann war es natürlich wieder weg. Und jetzt haben wir hier so ein Ding. Was ist das denn? Geht raus. Die ist also doch hier reingeflogen. Eben hat sie uns nämlich draußen genervt. Was ist da hinten? Da fliegt auch wieder irgendwas. Immer so komische Sachen. Guck mal, so irgendwas sitzt da jetzt. Was ist denn das da auf dem Dach? Was war das? Naja, jedenfalls habe ich es noch geschafft. Mein Sohn auf, der betet jetzt. Und draußen kann ich nicht filmen, weil hier mega viel Musik ist überall. Also hier schon, aber auf der anderen Seite. Oh Mann. Oh, das sieht aber auch eklig aus, ne? So dicke Flügel und so. Ah, guck mal. Ist das nicht eklig? Ne, also so Bienen und so ein Kram mag ich ja auch nicht, ne? Ich habe mich ein bisschen hier aufs Bett gelegt, weil draußen waren mir zu viele Ameisen. Und die sind mir sogar am Bein hochgekrabbelt. Ganz eklig. Und Wasser war weg, dann könnte ich nicht im Pool gehen. Jetzt warte ich darauf, dass noch mehr Wasser wiederkommt, weil es ist ein bisschen, ein bisschen kommt wieder raus. Aber nicht so richtig doll. Und wenn es richtig doll wieder da ist, also richtig normal wieder Wasser kommt, gehe ich im Pool. Kimi ist nicht im Pool, der ist krank geworden tatsächlich. Der hat Schnupfen gekriegt, keine Ahnung. Deswegen sind wir auch nicht runtergegangen, beziehungsweise noch nicht. Vielleicht machen wir das dann noch gegen Abend, ich weiß nicht genau. Wir wollten ja zur Telekom das einmal heimachen und die Karte einmal reparieren lassen oder neu machen lassen. Keine Ahnung, warum die nicht funktioniert. Ich habe echt keinen Plan. Meine Stimme ist jetzt so kacke, weil ich die ganze Zeit wieder huste. Na, ich hasse es. Ja, das kratzt dann so furchtbar am Hals und hast das Gefühl, dass du kotzt, entschuldige bitte, ne? Musst und dann muss ich genau an der Stelle versuchen, mit dem Husten zu kratzen, dass man halt nicht kotzen muss, ne? Und dann muss ich warten, so ungefähr fünf Minuten und dann entwickelt sich der Schleim. Also dann kommt der ganze Schleim raus, auch voll. Also es ist echt nervig. Naja. Genau, es ist 17.30 Uhr inzwischen tatsächlich schon. Ich hatte eben noch einen Teller von den Nudeln von gestern gegessen. Was die Jungs heute essen? Und ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch echt nicht, was ich noch kochen soll, weil es ist alles viel zu warm und ich weiß nicht. Ich werde die Jungs gleich mal fragen, was sie essen wollen. Und ich hatte vielleicht an so eine Art Männermann gedacht. Also diese typisch türkische Geschichte, aber ohne Hackfleisch natürlich, weil dem traue ich hier nicht. Ich kaufe hier kein Hackfleisch. Wenn, würde ich beim Metro Hackfleisch kaufen. Dafür brauchen wir aber ein Auto, weil ich kann unmöglich mit dem Bus zum Metro und dann das Fleisch in der Hitze bis hier hoch transportieren, mit dem Bus zurück. Und das geht nicht. Klar, es gibt Kühlpacks und Kühltaschen, aber nee, das mag ich nicht. Hackfleisch ist sowieso ziemlich gefährlich. Also wenn mein Mann da ist, fahren wir zum Metro mit dem Auto. Inschallah. Aber bis dahin müssen wir halt das Zutuk essen. Das ist auch kein Problem. Aber ich habe überlegt, meine Mänse machen. Ich glaube nur, dass bei Kleider das nicht so gerne essen wird. Mit Reis vielleicht oder so. Ich weiß nicht. Überlege ich mir nochmal und schauen wir mal. Oder irgendwas mit Kartoffeln. Da habe ich auch keine Hummer drauf. Ich weiß auch nicht. Naja. Ich könnte auch mal meinen Backofen einweilen. Ich glaube, den haben die Leute hier noch nie benutzt. Der sieht nagelneu aus. Und ob der geht, ich glaube ja. Hatten meine Schwingertöchter mal probiert. Ich glaube, meine Tochter hat den auch mal angemacht. Aber benutzt haben wir den tatsächlich noch nie. Ja. Das steht an. Ich muss auch nochmal eigentlich zu Bienen, weil mein Joghurt fast alle ist. Das geht ja gar nicht. Heute aber könnte es noch reichen. Vielleicht. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem zur Beamen einmal gehen. Nur was wegen. Es ist ja noch früh. Erst halb sechs. Meine Videos hatte ich alle schon eingestellt. Da war ich ganz fleißig. Habe ich vorhin alles gemacht. Die hatte ich ja gestern Abend geschnitten. Und dann habe ich heute Morgen auch wie viele Videos gedreht. Fünf Videos habe ich bestimmt gedreht heute Morgen. Auch da war ich relativ fleißig. Und die sind auch schon alle hochgeladen. Also mein Internet geht wie eine Eins heute hier. Und das heißt, ich habe soweit alles erledigt, was ich erledigen muss. Bis auf diese blöde Karte, die ich ja eigentlich machen wollte. Morgen ist Dienstagsbasar. Tatsächlich könnten wir das auch morgen machen, wenn ich nochmal zum Dienstagsbasar gehen wollen würde. Denn da ist ja auch der Telekom-Laden. Mal gucken, inshallah wird schon. Mal schauen. Weil ich glaube, bald ist der Monat rum. Oder sind, wie viele Wochen sind wir jetzt hier? Sind wir drei Wochen hier? Ich glaube, diese Woche sind drei Wochen. Ja. Zwei Wochen war Jimmy hier. Und jetzt ist die nächste Woche vergangen. Also sind wir drei Wochen her. Ja. Und vier Wochen ist die Karte gültig. Also ich habe noch eine Woche Zeit, bis ich verlängern muss. Ich will so ungern wieder in diesen Laden rein. Glaubt ihr gar nicht? Nachdem ich weiß, dass da so teuer, dass wir das bezahlt haben. Viel zu teuer. Ich würde am liebsten nach Andel-Alanya fahren und das da machen. Aber ich muss da jetzt wieder hin, weil die Karte kaputt ist. Und nur die das natürlich dann auch wieder heim machen müssen. Die Jungs waren schon in einem anderen Laden. Aber die haben gesagt, das machen wir nicht. Ein bisschen dahin, wo wir die Karten gekauft haben. Ja. Mal gucken. Ich werde es noch entscheiden. Vielleicht fahre ich mal nach Andel-Alanya im Bus alleine. Mal schauen. Kostet ja 70 Cent und ist nicht so wild. Kann man ja machen. Haben wir ja schon gemacht. Aber die Busse sind jetzt schon voll, weil die Touristensaison angefangen hat. Als wir da waren, war es ja schon voll. Aber da haben wir auch den anderen Bus genommen. Und auch bei der Rückfahrt war es schon relativ voll. War ja nicht so, dass der Bus leer war. Also, naja, mal schauen. Ich weiß noch nicht. Welche. Mal schauen.